Hallo und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Wir Probieren. Heute mit Transatlantic Blow. Der Woche. Der Woche. Ja. Es ist schon, sagen wir mal... Eindeutig. Ja, ich wollte jetzt sagen grenzwertig. Also sagen wir mal so, ein Frauenmund und darunter das Wort Blow, den Zusammenhang kann man sich dann denken. Stimulationsdrink noch drauf. Stimulationsdrink. Ja, für den Schnellungsunterwegs, richtig. Das ist immer wieder nur für die Ficker unter der ganzen Bevölkerung. Bla, bla. Wurde gespendet vom T-Blow Facebook-Team. Das aus einer Person besteht. Aber man weiß ja auch, Team steht ja für toll, ein anderer macht's. Wie ist es? Zitronig. Zitronig. Also wirklich Zitrone. Aber hallo. Richtig Zitrone. Und er erinnert an das Lemon Soda oder an das von San Pellegrino, das... San Bitter. Also ja. Oder San Zitronen oder wie das ist. Limonata. Limonata, genau. Ja, riecht so ziemlich genau so. Aber finde ich ja schon mal nicht schlecht, dass es nicht wieder ein Repul-Klon ist. Immerhin. Gibt's im Übrigen... Also das wird so in vier Packs... Drei plus eins. Drei plus eins Packs, genau. Ja, das steht da dran. Ja, ich weiß. Drei plus eins Free Care. Also die anderen drei werden vom Preis her so hochgezogen, dass du die eine dann doch mitbezahlst. Wie schmeckt der denn? Also muss dazu sagen, dass es wirklich eiskalt... Es schmeckt auch wirklich exakt, also würde ich jetzt sagen, exakt wie das Limonata von San Pellegrino. Ja. Es ist ein bisschen... Es erinnert so ein bisschen an diese Molke Energy Drinks. Also vom Gefühl her. Also man merkt, da ist so ein bisschen Schwebstoffe drin. Diese Trübe Schwebstoffe. Aber sonst schmecke ich da jetzt keinen großen Unterschied. Er ist sehr ähnlich, vielleicht nicht ganz so sauer. Er ist zwar schon ordentlich sauer, aber nicht ganz so sauer wie der Zitrone. Ja, er ist nicht übersäuert. Also er ist ganz klar sauer. Er hält sich ganz klar im Bereich Zitrone auf. Es ist aber nicht so, dass es an dem Mundwinkel zusammenzieht. Also es ist schon noch akzeptabel. Interessant finde ich bei dem jetzt das Spiel zwischen Säure und Prickel. Das ist bei dem ziemlich gut abgestimmt, finde ich. Findest du? Mhm. Da ist die Säure und dann kommt der Prickel durch und geht mit der Säure mit. Mhm. Und dann als Nachgeschmack bleibt wieder so eine leichte Säure. Genau. Die dann gleichzeitig wieder den Mund ein bisschen wässert. Ja, weil dann, also der Mund speichelt nach und spült es dann auch nochmal runter. Und dadurch kommt so eine gewisse Erfrischung zustande. Ich finde es sehr erfrischend, ja. Und, nee, ich meine jetzt nur auf den Aspekt bezogen. Und, ja, auch sonst. Also es hat keinen schlechten Nachgeschmack. Nichts. Es ist sehr akzeptabel. Ist auf jeden Fall rund. Das kann man auf jeden Fall sagen. Er ist kein Schuhauszieher. Also es ist keiner, der sagt, boah, der haut mich jetzt um, ist der geil. Aber es ist auf jeden Fall nicht negativ auffallend, was ja schon mal positiv ist. Und es ist auch nichts, was sagt, wir sind und danach ist es das nicht. Ja. Es ist okay. Also kann man wirklich trinken. Kann man jederzeit mal probieren. Aber am besten möglich. Wie gesagt, der Name Transenblas finde ich jetzt ein bisschen seltsam gewählt. Ja, ich weiß jetzt auch nicht genau, welche Zielgruppe die jetzt ansprechen wollen, ob Methoden oder ohne, man weiß es nicht. Also das Design. Ja, das Design an sich ist ja, also dieses einfach relativ weiß gehalten mit diesem Babyblau da an sich nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Nur diese Kombination ist halt. Der Lutschmund von den dreckigsten Huren gehört da einfach nicht drauf, um es mal auszusprechen. Ja. Ja. Das macht's nicht für fünf Mark. Die waren grau noch. In diesem Sinne. Adios. Bis zum nächsten Mal. Ja. Bis zum nächsten Mal.